Wir sind heute MUND und neben mir steht Remigius Pfaffen, ein ganz interessanter Typ. Wir haben vorhin schon ein Vorgespräch von FIERO, Remigius Pfaffen, ganz kurz. Du bist hier vom MUND ein waschechter Munder und in einer Sanfrandsumft mit dabei. Seit wann? Ja, ich bin seit rund fünf Jahren in der Sanfrandsumft dabei, bin in den MUND aufgewachsen, bin hier in die Privatschule gegangen und wo du jetzt ein paar Jahre schon erneut bist, aber ich bin noch stark mit meinem Heimatort hier verbunden. Das heisst, ich mache hier bei der Zunft mit, mit dem Kulturverein Pro Safran auf den Mund, mit dem Kulturverein, der auch noch das Safranmuseum betreiben tut. Also du machst noch ganz ein Haufen hier, obwohl du aber nicht mehr hier wohnst. Von wo kommt die Leidenschaft zum Safran? Die Leidenschaft zum Safran? Über Jahre hat mich der Safran eigentlich immer schon so ein bisschen, würde ich mal so sagen, das Interesse gekitzelt, selber eine Sache zu haben. Und den habe ich dann vor ein paar Jahren eins erwerben. Und das ist für mich heute klar gewesen, dass man mit der Zunft mitmacht. Und wir Safranpflanzer sagen ja eben, der Virus, wenn man den einmal hat, bringt man nicht mehr draus. Und der Virus fängt jetzt eben so im Juli, August an, wenn man dann die erste Arbeit, den er wieder im Zusammenhang mit dem Safran macht. Wie viele Gramm lügt das auch in einem Jahr? Also mit mir, das ist nicht gerade so eine grosse Ernte. Ich habe im Moment 40 Quadratmeter, ich bekomme das auf 12 Gramm. Das ist ein Hobby. Der Safran ist nicht da, für Geld zu verdienen. Es geht um die Erhaltung des alten Kulturgutes. Und du hast mir schon vorher erzählt, wie ist der Safran auf den Mund gekommen? Man hat zwei Theorien. Der Safran ist einerseits durch die Pilger, die im Mittelalter auf Spanien, das heisst auf Santiago de Compostela sind gepilgert, haben ihn dann zurückgebracht. Und eine zweite Theorie ist die, dass der Safran mit Söldner, das heisst mit Reisläufern, wie wir früher gesagt haben, von Spanien importiert wurde. Und dazu gibt es auch noch eine kleine Legende. Die Söldner im Mittelalter haben keinen so kurzen Haarschnitt, wie eisige Soldaten hinzuhören. Die haben eine lange Haare gehabt. Und die Legende sagt, dass auch so ein Söldner, der Safran und so einen Safran-Knollen im Haarschopf eingeflüchten hat. Und so haben sie geschmuggelt. Und was glaubst du persönlich? Ich persönlich glaube an beide Theorien. Ich glaube, dass bei Pilger und Söldner beides kam. Aber wie ist es hergebrannt, das Safran aus Spanien ausserzubringen, das ist mir natürlich ein Rätsel. Denn in dieser Zeit, der Safran-Ausführer in diesen Ländern war zum Teil sogar unter Todesstrafe. Du hast ja gesagt, dass Ebo Mund das Dorf ist, das immer noch Safran hat. Das gab ja im Oberwallis auch andere Dörfer, die Safran hier gepflanzt haben. Wieso hat Mund das geschafft, dort zu behalten? Also der Safran in Mund seit dem 14. Jahrhundert. Und in Mund wird Safran seit dem 14. Jahrhundert in ununterbrochener Folgen kultiviert. Das heisst, der einzige Ort nördlich, in den nächsten Alpen in Europa. Nachher ist der Safran, wo er importiert wurde, hier im Mittelalter, auch im Monnerwallis gab es. In Martinet, in der Nähe von Fuyi. Und dann weiter oben an Siders, in die Natersch, Mörl, Blüft gegen den Halten, wo man richtig breit und richtig halten geht. Aber auch noch in Birgisch hat man noch in den 80er Jahren Safran geflüchtet. Und jetzt kommen wir doch zum Wandel von diesem Dorf. Du hast das miterlebt, Du bist ja aufgewachsen. Verzähl mal, deine geringste Veränderung in den letzten paar Jahren, was hast du so gesehen? Ja, wenn ich mich zurückerinnere, ist die Grossveränderung schon so von Mitte 60er Jahre bis Mitte 70er Jahre passiert. Ich habe immer das Gefühl, ich war hier in einer Primarschule und dass wir in der Zeit fast vom Mittelalter sind katapultiert worden und voll in die Moderne. Während der Zeit, in der ich in der Primarschule begann, war gerade die Zeit, als man auch zur ersten Strasse vom Dorf auf die Rosen gebaut hat. Im Dorf drin war in der Zeit noch nichts kudroniert, es gab keine Pflastersteine, das war einfach alles noch Erde. Und wie gesagt, es gab noch keine Wasserversorgung, vielleicht in einzelnen Heischen, die so privat etwas Wasser hatten. Und wie gesagt, unsere Generation wurde in der Kindheit in die Moderne katapultiert. Und das ist noch gar nicht so lange her, und das ist noch gar nicht so lange her, als das erste Auto hier zum Mund opst ist gekommen. Du hast vorhin gesagt, du kannst dich noch genau an diesen Moment erinnern. Ja, das ist, wenn mich richtig erinnert, ist das, den wir die Straße und die Rosen gebaut haben. Das war dann 1964-1965, was einer der Rosen oder von der Rosen gab. Übrigens lebt er jetzt noch, der ist 92-Jährige, war der Erste, der das Auto hier ins Dorf gebracht hat. Und das war ein Falle Käfer. Und der Falle Käfer, der hat jeden Fall jeden im Dorf gekannt. Und der Mann lebt er noch? Der Mann lebt noch, der lebt auch in der Rosen und ist ein 90-Jähriger. Er hat das Auto seiner Zeit über den Altweg von Naterch auf Birgisch über das Munchi bis hier ins Dorf Munchi gebracht. Im Dorf hätte er dann nachher eine Strasse kommen können. Du hast euch erzählt, früher hat es ja an dem sie aber noch kein ÖV gegeben. Du bist immer mit der Bahn erbri, damals hat es noch ein Band gegeben. Wie war das so, wenn du immer in die Schule gegangen bist? Also ich bin dann nachher in Brigg ins Kollegium gegangen und dann sind wir mit dem Band auf Gamsu. Und ganz am Anfang sind wir von Gamsu auf Brigg mit der BVZ. Die BVZ hat in seiner Zeit noch eine Haltestelle im Werkheben. Übrigens, das Haus steht noch. Der, der von Gamsu durchfährt als das kleine Haus, da sind wie am Morgen bis zu vierzig, fünfzig junge Personen sich um die Plätze gerangelt. Vor allem im Winter, wenn es da war. Der Grossteil musste sofort noch warten. Und dann wollte ich mit der Bahn auf Brigg. Das ist eine Sache, aber du hast euch erzählt, früher hast du Ski gefahren und das hier im Dorf ohne Lift. Überall hat es Piste und die selbstgemacht von den Leuten. Erzähl mal. Ja, es hat in verschiedenen Erden so kleine Pisten gehabt. Wir haben neben der Schule, wenn wir nicht andere Arbeite machen mussten, wir haben Steige gefahren. Die Ausrüstung war natürlich nicht die gleiche. Man hat für uns einen kurzen Exkurs machen. Im Prinzip hat jedes ein paar Schuhe keine Gräber. Mit denen ist man in die Schule im Winter, mit denen ist man Steige gefahren, mit denen hat man gearbeitet. Und dann hat es im Hofacker über einer weischen Motte oder einer Brigg gegen die Felge die Piste haben wir getreten. Das war so, dass am Sonntag bis zu 100 Personen sind Steige gefahren. Die Piste vom Dorf ging und dann hat man wieder aufgetreten. Jeder hat gesehen, welcher gute Einfahrer im Verläufe der Zeit. Remigius, erzähl, so kurz nach Mittag hast du etwas mit Safran gegessen? Nein, heute habe ich nichts mit Safran gegessen, aber ich seit ungefähr zwei Wochen dreimal am Tag ein Safran reichen. Das verleidet er nicht? Nein, der Safran kann in verschiedene Teesorten, dritte vom Schwarztee über Kamillentee über alle möglichen Dinge. Und als Lieblingsgericht? Ja, mit dem Safran, die Safranrisota ist schon das, was ich am liebsten habe. Du hast auch gesagt, wo Safran abüben und Pflücken wurde, dass sie in den letzten Jahren ein Hobby Ein Hobby ist aber auch das Bergteure von dir. Wie kamst du zu der Leidenschaft? Also ich bin schon in jungen Jahren viel gelaufen. Das heisst, wir sind fast bis zu sechs Monaten auf der Voralpe gewesen. Wir hatten ja nie mehr das Dörfchen. Wir hatten kein Auto in der Familie. Und nachgedräglich in den Teenagerjahren war das unglücklich gewesen, wie viele. Wir nannten sie hier oben als Bergkong. Das heisst, sie sind richtig geredet, richtig in der Brieschern Gerstor, zum Beispiel die Schiedertalle. Und dann ist das so geblieben. Es ist ein Errignis wie das Master Kitzel gekommen, die Berge anzugehen. Und das ist mit den Jahren mit einem Bergführer zusammengekommen. Das hat sich so entwickelt. Hast du einen Tipp für EG-RRO-Hörer, wo du sagst, das ist machbar, da muss man kein Profi sein und es ist wunderschön? Ja, hier im Mund gibt es in der Hege zu wandern viele schöne Sachen. Diejenigen, die nicht zu viele Schwindel haben. Wir haben zwei flotte Wasserleiten, die vom Gräder Schiess an kommen. Einmal Steigwasser. Das kann praktisch jedes Mal laufen. Oder weiter oben die VISA, wo man die alten Teile sehen, die früher kennenlernen waren, in Tocolecher. Für ganz gemütlich hier vom Dorf Richtung Saalwald laufen. Von Saalwald kann man hier nochmal Richtung Honecka laufen. oder weiter machen. Es gibt viele Möglichkeiten für Anfänger, für gute Berggänger oder die, die noch nicht richtig übersteigen. Die Region muss sicher für alle etwas parat. Wenn du hier ein wunderschönes kleines Dörfchen oben an dir ist deine Lieblings-Ecke hier? Eine meiner Lieblings-Ecke ist das Grederstall. Ich habe das Grederstall ein, zwei Orgine. Wenn ich total abschalten und mal reinfahre, bin ich irgendwo am Grederstall. Ich bin allein und in einer wilden Natur. Kannst du sagen, das ist wegen der Natur? Warum ist das so besonderes? Hierin ist ein wildes Tal, ein enges Tal, man kehrt immer den Bach, man kehrt ab und zu, was ein Stein oder ein Steinschlag geht. Das ist das, was mich an den Brei bringt. Merci vielmals Remi für dieses Fluggespräch zwischen den einen. Mit mir war Remigius Pfaffen zum Kaffee. Merci Will Moller, Rémi und Schöne Töck. Das ist Böse Schöne und Schöne Töck. habe